So, ein herzlich willkommen. Ja, zurück zur weitere Folge von Minecraft. Ich werde heute aber nichts tun. Ich werde euch hier nichts farmen. Ich werde heute einfach alles mal lassen. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Haus. Damit wir... Ja, es wird ein kurzes Video geben. Also es ist ein langes Video. Ich will mich jetzt auch eigentlich nicht so mega lang. Es wird jetzt kein 20 Minuten Video sein, wo ich jetzt halt noch was farme oder nochmal in die Höhle gehen muss oder gehe oder so. Whatever auch immer. Ja. Hier wird es ja gleich merken, worum es dann da hier geht. Aber lassen wir uns doch erstmal hier in unserem schönen Haus reingehen. Ich glaube, wir gehen innen rein, damit uns ja nichts passiert. Dann machen wir hier erstmal zu. Zack. Schöne. Machen wir es erstmal zu hier. So, dann laufen wir rückwärts. Wir gehen auch vorwärts und rückwärts laufen. Und dann müsst ihr hier. Ja, hier ist das Ende. Und ich würde sagen, ja, das ist doch mal ein schöner Blick hier. Klar, ich kann jetzt auch hier oben sein. Aber das macht ja nichts. So, wo bleiben wir stehen? Bleiben wir hier stehen, oder? Sorry, in der Richtung. So, wo man auch noch die Sonne dann untergang sieht, dann passt es. Ja. Ja. Leute. Ähm. Vorab wäre es mal, ähm. Es tut mir natürlich leid, dass ich, ähm, in den letzten Tagen, Wochen, oder, ich weiß jetzt nicht, wie lange es ging, herging. Vielleicht ein oder zwei Monate. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Ähm. Ansonsten, ja. Tut mir einfach leid, dass ich, ähm, nichts konnte, nichts machen konnte, nichts aufnehmen konnte. Ähm. Das hat erstmal der Grund, ich hatte jetzt fast einen ganzen Monat, oder fünf Wochen war ich jetzt dann, also, es gibt noch eine Woche, ähm, Schule. Und, ja. Ich habe da auch im Internat gewohnt. Ich konnte einfach gar nicht, ähm, nach der Schule irgendwas machen. Und am Wochenende hatte ich dann auch keine Zeit, wo die ersten zwei Wochen hätte ich machen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil das machen wir einfach zu viel. So. Aber heute, ihr seht das vielleicht heute noch, oder ihr seht es morgen, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, das wird heute noch hochgeladen. Also ganz spät auch. So, ja. Sag mal, ins Bett gehen, und dann könnt ihr die Folge sehen. Schön, einfach gechillt zuhören, und dann passt es. Ähm, ja. Stimmt, beim letzten Mal habe ich ja euch, ähm, auf, ähm, nicht aufgefordert, aber ein bisschen mal, ähm, eure Gedanken, was ich jetzt noch hier bauen soll, im Minecraft vor allem. Ähm, wir können gerne ein Schiff bauen, oder irgendwie, ich weiß es nicht, ich muss jetzt nochmal nachschauen. Ich kann es jetzt nicht nachschauen, sonst bin ich raus aus der ganzen Geschichte. Also, wird nicht funktionieren mit der Aufnahme, und, ja, ihr wisst schon. Also, beim, ich würde auch für mich beim nächsten Mal, ähm, die Vorschläge auch umsetzen, mal schauen, ob das auch klappt. Ich muss aber erst mal schauen, was es ist, wie ich es machen kann, und dann können wir mal noch was Gemeinsames hier erstatten. Oder ich muss es ja mal dann, ich mache es dann, aber nach euren Vorschlägen, so mache ich das dann. Ja. Ähm, was gibt es denn sonst noch erzählen? Ja, ich glaube, das wird auch das letzte Video von 2018 sein, außer es kommt noch ein Sportvideo raus. Das kann ich euch noch nicht sagen, ob es rauskommt, ob ihr noch Zeit habt dafür. Äh, es kann kritisch werden. Ähm, aber es kann noch, ähm, auf einem Instagram-Video sein, oder auf Facebook. Also schaut da mal eine nächste Woche noch vorbei. Wie alles, ähm, auch die Facebook, Instagram und Social-Media-Seiten. So, komm, jetzt habe ich ein bisschen, ja, nicht zu schnell reden. Böö. Dann kommt alles besser. Ähm, alles verlinkt auch, wie immer. Könnt ihr gerne noch vorbeischauen. Und da müsst ihr mal ein bisschen die Ohren, beziehungsweise die Augen aufmachen. Es kann sein, dass es am Mittwoch oder Dienstag was kommt. Muss ich, muss ich schauen, ähm, wie die Verhältnisse sind. Ähm, ob es so kalt bleibt, oder ob es ein bisschen wärmer wird. Keine Ahnung. Vorher gesagt, es ist ein bisschen warm, plus gerade. Ja, Nacht ist meistens kälter. Ähm, was soll ich noch reden? Was soll ich noch, ähm, erstmals noch sagen? Wir sind ja da noch bei sieben Minuten. Ich rede schon sechs Minuten lang. Ich mach grad gar nichts. Ähm. Ja, ich wollte eigentlich auch mal noch einen neuen Game eigentlich auf, ähm, hier auf meinem YouTube-Kanal hochladen, auch wieder. Aber ich hatte einfach, ja, ich hab einfach keine Zeit, das, ähm, überhaupt anzuspielen, auch erst mal privat anzuspielen, bevor ich das dann überhaupt hochladen kann. Ähm, ja, mal schauen, ob das noch kommt. Vielleicht kommt's noch, dann halt im ersten neunen Jahr, 2019. Da muss ich aber auch noch schauen, ob ich dann auch Zeit haben und Lust habe. Aber es dürfte dann soweit gut sein. Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich, was wir jetzt so, was ich jetzt noch hier machen soll, äh, oder was ich jetzt noch reden soll, müsste. Ähm, falls ihr dort noch Fragen habt, können sie, könnt ihr, können sie, könnt ihr mir das gerne, ähm, unter diesem Video, ähm, schreiben oder auf meine Facebook-Seite, wie immer. Da schau ich auch immer vorbei. Und dann würde ich sagen, ja, ich laufe jetzt, oh, die Sonne geht ja schon ganz unter, jetzt gehen wir nochmal komplett hoch. Da haben wir mal einen schönen Sonnenuntergang, sehen wir hier. Ja, herrlich. Hinten da ist dann der Mond, der Mond müsste dann auch bald rauskommen. Dürfte auch herrlich werden. Ähm, ja, stimmt, wir haben ja hier das neue, ähm, Paket, Paket oder so, ähm, ähm, installiert, beziehungsweise runtergeladen. Das ist dann draufgeschmissen hier. Und da habe ich aber, glaube ich, schon mal, ja, ich habe auch mal Rückmeldungen bekommen. Das ist, das heißt, bla bla bla. Leute, es ist halt so, ähm, ja. Ja, ich glaube, also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dieses, ähm, Paket hier, das Resource-Paket, so, so rum heißt es ja, Resource-Paket. Und ich hoffe, ihr gefällt es euch auf jeden Fall. Boah, die Sonne ist hier noch und da ist schon der Mond. Alter, wie krass ist das denn in Minecraft? Und der Mond ist ja auch richtig realistisch jetzt eigentlich, ja. viel realistischer, wie, ähm, wie der andere Mond. Der andere Mond war ja, ja, der war ja Vollmond wie Nixwiss. Und das ist ein Halbmond. Die Sonne geht da unter. Die Sonne geht dann da hinten gleich wieder hoch, später. Aber der Mond sieht doch mal nice aus, nice, nice. Ich habe den noch gar nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube nur kurzweilig und nur die Abmoderation, habt ihr nur einen kurzen Sinn des Dinges. Deswegen lasse ich mal auch den Mond, damit ihr das auch mal sehen könnt, wie das bei dem Resource-Paket aussieht. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, ach, stimmt. Ähm, bei der letzten Folge, nach der letzten Folge, ähm, von Minecraft, habe ich ziemlich vieles verloren auch. Also ihr seht hier, ich habe echt wenig im Inventar eigentlich gerade. Und ich habe auch, äh, meine ganze, ähm, Diamant-Rüstung verloren. Die, könnt ihr euch mal raten, wo die liegt oder wo die verschwunden ist. Ich gebe nur eins, ähm, da, wo man den Tag nicht sieht. Oder die Nacht auch nicht sieht. Jetzt könnt ihr euch mal raten, wo es ist. Ähm, die meisten werden sie jetzt finden. Oder die, die sie jetzt anschauen, wissen sie, wo es ist. Wo es sein könnte. Ähm, ja. Keine Musik mehr und ist mir auch egal. Ich habe schon fast zwölf Minuten geredet und nichts gemacht. Das habe ich aber auch schon, jetzt das zweite Mal wiederholt. Ähm, habe ich aber so vorgehabt. Mein Mond sieht ja richtig nice aus. Richtig nice. Schön. Ja, und hier haben wir einen schönen, ähm, Sternenhimmel. Können wir immer reinschauen. Und da hinten ist unser Base. Unser Haus hier. Und wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mit was Neues bestarten hier in Minecraft. Also ein neues, ähm, Gebäude oder ein neues Ding. Oder Teil oder Schiff oder whatever, was es sein soll. Erarbeiten und ihr könnt dabei sein, wie ich das hier mache. Wie lange ich da brauche. Und dann würde ich sagen, ähm, war es auch schon von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr, ähm, noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Oder auf meiner Facebook-Seite, die ist immer verlinkt. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche noch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Weihnachten, frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber das werde ich noch mal explizit auf meine Facebook-Seite schreiben. Aber in dem Video auf jeden Fall schon mal. Wer es nicht sieht, wer mich nicht mehr sehen kann, haut rein. Bis zum nächsten Video. Oder bis zum Neujahr. Also bis zum nächsten Jahr. 2019. Haut rein. Ciao, ciao. Bam.